Meine Mutter heißt Anastasia, mein Vater heißt Nazar, mein Sohn heißt Danilo, meine Tochter heißt Darina. Ich habe eine Schwester, sie heißt Maria. Wir wohnen seit ein paar Tagen in Hamburg. Wo ist deine Mutter geboren? Meine Mutter ist in Kiew geboren. Wo ist dein Vater geboren? Mein Vater ist in Odessa zur Welt gekommen. Hast du Geschwister? Ja. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester ist zehn Jahre alt. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist schon 14 Jahre alt. Gehen deine Geschwister auf die gleiche Schule? Ja. Sie gehen auf die gleiche Schule. Lebt deine Vater auch in Hamburg? Nein. Mein Vater ist noch in der Ukraine. Hast du noch eine Großmutter? Ja. Ich habe noch eine Großmutter. Lebt dein Großvater noch? Nein. Mein Großvater ist letztes Jahr gestorben. Hast du Kinder? Ja. Ich habe Zwillinge. Ein Bub und ein Mädchen. Leben deine Verwandten auch in Hamburg? Ja. Ich habe eine Tante und eine Cousine, die mit uns nach Hamburg gekommen sind. Meine Tante ist Witwe. Wie heißt deine Tante? Meine Tante heißt Julia. Siehst du deine Verwandten oft? Ja. Wir treffen uns jeden Tag und kochen zusammen. Hat deine Cousine einen Freund? Nein. Sie hat keinen Freund. Gefällt die Hamburg? Ja. Hamburg ist eine schöne Stadt. Weitere Übungen zur deutschen Grammatik findest du auf folgender Webseite. Die Webseite mit vielen nützlichen Grammatikübungen zur Prüfungsvorbereitung findest du hier.